In Deutschland explodieren die Infektionszahlen. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich besorgt. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Paul Ronzner bei uns. Denn, Paul, exklusiv haben wir jetzt erfahren, dass sie in der CDU-Präsidiumssitzung eine sehr erschreckende Zahl genannt hat. 19.200 Infektionen an einem Tag. Das ist wie in anderen Ländern, hat Angela Merkel dazu gesagt. Wie kommt sie überhaupt auf diese enorme Zahl? Weil man muss ja sagen, Ende März gab es rund 6.000 Neuinfektionen an einem Tag. Woher jetzt diese fast 20.000? Wie sie genau auf diese Zahl kommt, hat sie im Präsidium nicht gesagt. Auch viele der Teilnehmer, darunter Ministerpräsidenten und Vize der CDU, also der engste Zirkel der CDU, wundern sich über diese Zahl. Es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass sie ein exponentielles Wachstum meint, also ein sich stark verschleunigendes Wachstum, das dann am Ende auf diese hohe Zahl kommen könnte. Insgesamt hat sie vor wieder einer erneuten dramatischen Lage gewahrt. Sie hat gesagt, was in den Nachbarländern in Europa passiert, das kann auch bei uns passieren. Sie hat gesagt, dass sie die Situation teilweise ratlos macht. Sie hat gesagt, dass insbesondere Partys, Bars, Kneipen für diese Lage verantwortlich sind. Also sie hat insgesamt ein dramatisches Bild der Corona-Lage in Deutschland gezeichnet. Was natürlich auch damit möglicherweise zu tun hat, dass eben morgen in der Ministerpräsidentenkonferenz wieder um über andere Maßnahmen oder weitere Maßnahmen gesprochen wird. Allerdings gab es Gegenwind für die Kanzlerin von einigen Ministerpräsidenten, unter anderem Armin Laschet. Man wehrt sich dagegen, einen erneuten, also große Kontaktsperren oder ähnliches jetzt direkt zu vollziehen, sondern bezieht sich auf die Regionalisierung. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.